Okidoki Wo ist denn hier jetzt? Oh Hatten wir das nicht schon vorhin? Ähm Ich habe meinen Scherberus-Projekten ausgesucht, als ich ein Specter ausgesucht habe. Nachdem sie versucht, mich zu töten. Warum die Veränderung? Die Antworten sind weit über meine Pay-Grate. Aber in der Grunde, Dinge verändern. Die Allianz hat dich verletzt, aber sie verletzten. Die Scherberus hat eine Chance gemacht, um dich zurückzukommen. Ich würde mich auch überraschen. Aber jetzt haben wir... Als wir auf der Station kommen, werde ich dich an den Elusiven Mann nehmen. Er wird alles erklären. Ich versuche... Du musst dafür haben, mich zurückzukommen. So, Abtrünniger. Achso. Ähm... Oder soll ich da hingehen? Ich weiß nicht, aus welcher Richtung ich komme, ne? Müssen ja aber ein paar Map-Bots sein. We've been spotted We've been spotted Die gehen noch mal in Deckung. Shepard, geh in Deckung! Das spielt man einen Tag später und dann weiß man nicht, wenn wir in Deckung gehen. Schießen, Sprint, Mine, Welt verlassen, okay, aber Deckung. Oder wo ist denn Schleichen? Ah, benutzen Deckung, ah, leertaste, dachte immer T, vielleicht weil ich es auch einfach nur gewohnt bin von Cyberpunk. Ach, das ist ein Punkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, markieren sie einzelne Knoten und passende Systeme zu finden, Symbole zu finden. Symbole gefunden haben, sehen sie aus den Schaltkreis zu schließen. Also Schaltkreise vor Ablauf der Zeit. Okay. Starte und gehen. Äh, was? Gehen sie einfach in den Knoten und passende Systeme zu finden. Okay. Wir hätten einfach das alte System machen können. Okay. Okay. Ah, ich glaube, ich muss in die andere Richtung gehen. Hier. Was? Was? Du solltest ihn auswählen. Mal sehen, was er wusste. Es ist zu risiko. Ich habe zu viel Zeit und Zeit gelegt, um dich zurückzukommen, um dich zu verletzten, um dich zu verletzten. Du glaubst wirklich, Wilson ist das? Nicht mehr. Das ist auswählen. Ich hatte ein Gefühl, Wilson war nur eine Chance, um mich zu schießen, um mich zu schießen. Gut. Manche Menschen sind zu viel zu vertrauen, um das zu sehen. Komm, wir holen den Schaltkreis und rauskommen. Mein Chef möchte mit dir sprechen. Du meinst den Elusiven Mann? Ich weiß, dass du für Cerberus arbeitest. Ah, Jakob. Ich hätte wussten, dass dein Bewusstsein besser wäre. Lieb zu dem Commander nicht die Möglichkeit, um ihn zu joinen. Also, wenn wir alles rauskommen, ist, gibt es noch etwas anderes, bevor wir gehen, Commander? No... Wow, sieht man aus wie so ein Space-Auto. Dann sprechen wir mal mit dem Illusive Man. Die Mechs ohne Probleme. Das muss gut sein. Es hat zwei Jahre seit dem Attacken. Der Illusive Man muss wissen, dass Shepard's Persönlichkeit und Erinnerungen sind in Kontakt. Fragen Sie die Fragen. Du sagst, zwei Jahre? Ich bin so lange weg. Zwei Jahre und zwölf Tage. Und du warst auf einem Operating-Tabell für die meisten davon. Je schneller wir beginnen, je schneller wir können. Start mit Personal-History. Okay. Rekord zeigen, dass du auf der Erde aufgewachsen bist. Es ist schwer, keine Eltern. Du bist in der Lage, und du hast eine Thresher-Maw-Attache, die den Rest von deinem Team verletzt. Du erinnerst du das? Ja, ich erinnerst du das. Alle grünen, Feuer, Blut in überall. Ich war die einzige, die auf die Erinnerung auf die Erinnerung gehalten hat. Ich habe den Reporten. 50 Marines die in der Kriege. Du war die einzige, die lebte. Du warst, Miranda? Almost. Wir versuchen etwas mehr Richtiges. Vermeier, wo du verletzt hast, Saren's Cloning Facilität. Du musst du einen von deinem Team hinterlassen, um in der Blast zu sterben. Lieutenant Caden Elenko wurde verletzt. Es war dein Name. Warum hast du ihn hinterlassen? Ich habe ihn hinterlassen. Ich habe ihn hinterlassen. Ich habe ihn hinterlassen. Jeder von Cerberus weiß, dass der Cloning Facilität musste zu sterben. Es gibt andere Tests, die wir wirklich sollten durchführen. Komm schon, Miranda. Enough mit den Quizzeten. Die Erinnerungen sind da. Und ich kann für Shepard's Combat-Skiller persönlich persönlich. Ich glaube, du bist richtig. Wir müssen uns hoffen, dass der Elusive Mann acceptiert, dass unsere kleine Tests als genug ist. Oh, eine große Anlage. Tagebuch mit dem Unbekannten reden. Der Elusive Mann ist waiting for you in the other room. Der Elusive Mann ist waiting for you in the other room. Panzerung. Aufklärung ist kaputt, ja. Wir können hier nichts. M7. Schroeder. Es leuchtet so. Ja, wir nehmen natürlich die Rote wieder. Ja. Jetzt Shepard wieder seine ikonische Rüstung an. Wuii. Wuii. Ablanz. Und wie in diesem Moment steht. Wunder er hinterfühlt wird. Kommander Shepard. Elusive Mann. Ich dachte, dass wir sich face to face treffen. Unnecessäre Begrance. Nicht ungewöhnliche für Menschen, die wissen, was du und ich wissen. Von dem, was ich höre, hat mir ein Geld gekostet. Warum macht es dir so? Für die Bewahrung und die Preserve der Humanität. Ich habe nicht 2 Jahre und Billionen credit, dass du dabei seid, gibst dir, um als kommunistischer horn. Aber die Menschheit ist gegen die größte Gefahr der unserer Briefe Existenz. Die Reapers. Schön, dass deine Erinnerung noch inhalt ist. Wie fühlst du dich? Ich habe ein paar Upgrades. Ich hoffe, dass du nichts wirklich wichtig hast. Wir versuchen, dich so inhalt wie möglich zu halten. Wir brauchen Shepard, wie du, als du gegen Sovereign hast. Was machen die Reapers, die dich entschieden hat, mich zurückzuziehen? Wir sind in der Krieg. Keiner will das, aber die Menschheit ist unter Druck. Während du schlappst, die gesamte Kolonien sind weg. Die Kolonien menschliche Kolonien. Wir glauben, dass jemand für die Reapers arbeiten, nur als Saren und die Geth aided Sovereign. Du hast es selbst gesehen. Du bist alle. Das ist nur ein Grund, warum wir dich entschieden haben. Wenn du nach den Reapers folgst, einfach mich in die richtige Richtung. Miranda war, dass du dich so auswählen würdest. Sie ist nicht oft falsch. Ich habe eine Schuss bereit, um dich zu in der Freiheit zu bringen. Die neuen Kolonien zu werden. Miranda und Jacob werden dich verabschieden. Miranda hat Wilson in der Flüge gebeten. Jacob ist nur eine Schuss für die Verwaltung. Du wirst mich in die Hoffnung? Wilson war eines meiner besten Agenten. Aber er war ein Traitor. Miranda hat genau das ich erwartet von ihr. Und sie hat ihr Leben in mehr Art von einer. Jacob ist ein Soldaten. Einer der Besten. Er ist niemals vollständig in mir. Aber er ist immer ehrlich zu sein. Du bist einfach gut mit ihnen. Für jetzt. Ich werde das, was du achst, und wieder zurückkommt. Gut zu hören. Findet ihr, was du kannst. Wer abdukt die Kolonien. Wer hat eine Verbindung mit den Reapers? Okay. Die Kolonien untersuchen. Lass ich mal von den beiden briefen. Ich habe nicht jemanden verletzt, meine Worte. Ich weiß, wer ich nicht. Ich weiß, wer ich nicht. Ich weiß, wer ich zu tun. ich folge deine Worte. Ich folge deine Worte. Was ist das, Lawson? Worte du nicht mehr als ergegen? Ich habe meine Worte für den Elusiven. Ich hoffe, dass du das auch kannst. Du bist natürlich so zu schraubst? Oder ist es nur ich? Ah, das ist Jakob. Ich bin froh, dass der Elusiven Mann hat dich entschieden, Kommander. Nein. Ich bin froh, dass ich meine Worte zurückgegeben habe. Das ist wert, dass sie eine Chance geben. Eine Chance geben. Aber du bist noch nicht verletzt? Du信 mir, Kommander? Du bist ein Teil von Cerberus. Ich werde mich darauf achten, auch. Fair genug. Ich kann nicht, dass du mich verletzt hast, weil ich dich versuche. Ich werde nur das Verletzten. Du sagst, dass du in der Alliante gearbeitet hast? Fünf Jahre in total. Stationiert all over der Galaxie. Ich habe sogar ein paar Jahre als Corsair. Ich habe noch nie gehört von den Corsairs. Es war eine Initiative der Alliante. Sie haben sich aus der Alliante gearbeitet, Stufenaufstieg. Sie sind erfüllt. Kuppenpunkte 2. Boni importieren. Sie haben folgende Boni erhalten, weil sie starten bei Stufe 5, Credits, Elements 0, Iridium, Palladium, Platin. Ein Vorbild. 190 Abtrüniger. Lange Dienstzeit. Weil die Mass Effect 2 erfolgreich... Was? Sie erhalten die folgenden Boni, weil sie Mass Effect 2 erfolgreich beendet haben. Ähm, okay. Ich werde noch bleiben erhalten. M100 neue schwere Waffe. Credits gefunden. Okay. Okay, weird. Schön, dich hier zu haben, Shepard. So ein Weltraum. Das ist halt nicht die Normansie. Und das ist auch kein Mako. Sieht mir so aus wie so ein bequemes Ding. Hier. Voll ausgerüstet. Er hat zusätzliche Waffen zur Verfügung gestellt. Ähm, Codex. Okay, also Shepard ist jetzt Stufe 6. Er hat 10 Gruppenpunkte. Distripto-Munition. Passten 2 Gruppenpunkte. Störwerk, du darfst die Schilde doch dringen. Das ist natürlich, wir feiern dir nach einem Tag. Da war kurz die Handlung. Okay. Acryo-Munition habe ich auch. Ähm, irgendwo soll sie gegen zusätzlichen Schaden verwundbar werden. Okay. KI-Hacken. Verbrennung. Die in der Gesundheit und Panzerung. Okay. Ausmaß und Häufigkeit. Die Waffenschaden erhöht. Und das Ziel einfacher. Gesundheit, Waffenschaden. Okay. Mach ich mal so, ne? Okay. Hat nicht viel. Ich mach mal 10, Rang erwerben. Ferberes Agent. Servus. Okay. was sie kann okay mit was geht denn wenn man in mein inventar rein das zu ordnung ich habe kein inventar mehr oder was man so hat wenn ich jetzt los aber vielleicht kann ich noch aktuell war nur nicht öffnen auf jeden fall vorstellen aber ich glaube hier mache ich einfach beim nächsten mal weiter ist dann der cliffhanger